So, wunderschönen guten Abend meine Damen und Herren natürlich auch, SSY, ihr kennt doch den Rest, also kurzes Pre-Intro, wir haben uns zusammengesetzt, ich und der Kollege, mit dem ich auch den Podcast gemacht habe, haben kurz das Fanfragen-Video abgedreht, ich habe das erste Mal selber was geschnitten, deswegen verzeiht mir, wenn da was nicht passt, es gab auch ein paar Ausfälle, ab und zu ist das Bild so 1, 2, 3 Sekunden schwarz, unabhängig von mir. Also, verzeiht mir bitte, ich glaube sonst ist es ganz interessant geworden, gibt sonst was zu sagen, genau, die nicht so ganz professionelle Fragestellung von meinem Kollegen, bitte ich auf jeden Fall auch zu entschuldigen, denn er ist nicht so 100% in der Materie drin, ist aber ganz lieber und die Leute, die in der Materie drin sind und eigentlich sich zu meinem Freundeskreis zählen, hatten komischerweise alle keine Zeit. Also, ich habe die Krankheit überwunden, anderthalb Stunden ausgeklammert, durchgeredet, Pappmaul gehabt, egal, für euch, ich hoffe euch gefällt's, haut rein! Und, dass ich wirklich nicht in der Lage war, alle Mails und Nachrichten, Pipapo, alles zu beantworten, deswegen dachte ich mir, okay, mache ich nochmal so ein Fanfragen-Ding, letztes, glaube ich, anderthalb Jahre her, deswegen machen wir das jetzt so. Wir haben uns auch richtig schön eingerichtet hier, ich sitze hier quasi vor der Award-Wand von Mighty Moe. Ne, Spaß natürlich, an der Stelle Grüße an Mighty Moe und Nidale Nipp auf jeden Fall, 15.3. kommt auf jeden Fall Champions raus von den Gebüter King, zieht euch das rein, holt das, nichts als Liebe für die beiden, ich hoffe, das wird erfolgreich auf jeden Fall, ich habe im Snippet schon reingehört, das wird gut. So, und da würde ich sagen, jetzt fangen wir an mit den Fanfragen. Genau, die Entwicklung im Battle-Rap. Die Entwicklung, wolltest du nochmal fragen? Weil das Battle-Rap so ein bisschen verschluckt. Okay, die Entwicklung im Battle-Rap. Wie siehst du die Entwicklung im Battle-Rap? Oh, genau, das ist so. Ja, genau. Wie siehst du die Entwicklung im Battle-Rap? Die Entwicklung im Battle-Rap sehe ich positiv, also wenn man sich anguckt, was auf den Plattformen gerade alles so passiert, was es alles gibt, du und deine Lions, Battle-Rap-Bundesliga, Diltilly, Top-Tier-Takeover, ich glaube, das war es sogar mittlerweile. Es sind viele Plattformen, viele Battle-Rapper, die Qualität wird auf jeden Fall stetig höher, das ist eine super Sache, es kommen krasse Leute raus. Und das Ding ist, es müssen sich noch mehr trauen. Also der Pool am Battle-Rap muss noch größer werden. Qualitativ würde ich sagen, waren die besten Zeiten so die zweite, dritte, vierte Saison von Rapper Mittwoch. Aber da jetzt der Pool trotzdem immer größer wird, würde ich sagen, dass wir uns auf einem guten Weg befinden. Aber an die Leute, die immer noch so ein bisschen am Zweifeln sind, nehmt die Eier, packt die Eier auf den Tisch und kommt da wirklich einfach mal hin. Du und deine Lions hat ein geiles Newcomer-Ding. Jeder kann in die Cypher bei Top-Tier-Takeover-Steppen so. Habt die Eier da wirklich mal anzutreten und nicht immer nur zu denken, ja, pipapo vom Zögern, so du weißt es irgendwann nicht. Deswegen, traut euch, dann wird der Pool größer, dann werden die Matches größer, mehr Charaktere gibt es, mehr Arten von Humor, mehr Arten von Rap-Techniken. Und das brauchen wir, das brauchen wir in Battle-Rap-Deutschland. So wie in den USA soll das sein, dass man gar nicht mehr klarkommt vor lauter Talenten. Das wünsche ich mir auf jeden Fall. Ansonsten, was die Zuschauerzahlen, was die Gagen anbetrifft, was die Klicks und Views, was das Interesse anbetrifft, was die Resonanz auch von den Hip-Hop-Obrigkeiten betrifft, ist alles gut. Wir sind auf einem super Weg, aber es geht ganz klar noch mehr. Kermit der Frosch-Synchronisation. Sagst du noch mal? Genau, Kermit der Frosch-Synchronisation. Ja, Kermit der Frosch-Synchronisation ist halt so, da habe ich in einem Podcast von mir auch schon angesprochen. Dann wurde ich das erste Mal mit konfrontiert, als ich Zivi gemacht habe. Da bin ich mal lauter geworden, habe hier rumgeschrieben. Da meinte halt so ein Mädchen, weißt du, dass du dich anhörst wie Kermit der Frosch, wenn du schreist? Und dann ist mir das selber bewusst geworden. Ich habe mich darüber geärgert und ich kann das nachvollziehen auf jeden Fall, dass man die Vergleiche irgendwie zieht. Es hinkt so ein bisschen, weil stimmtechnisch ist das jetzt immer noch meilenweit von einem RV oder von einem Percy damals entfernt. Also es ist keine peinliche Stimme, aber ich verstehe auf jeden Fall den Vergleich. Warum ist das Finale auf einmal kostenpflichtig und an wen geht das Geld? Warum ist das Finale jetzt auf einmal kostenpflichtig und an wen geht das Geld? Die Frage verstehe ich wirklich nicht ganz, weil die Sachen waren schon fast immer kostenpflichtig. Also es gibt seit locker drei, vier Jahren schon Pay-Per-Views, glaube ich. Und an wen das Geld geht, ist klar. Das geht an die Leute, die das verdient haben. Das geht an die Leute, die das auf die Beine stellen. Nicht nur das Finale ist kostenpflichtig auch. Die ganzen anderen Top-Tier-Takeover-Shows sind kostenpflichtig und die anderen Rapper-Mittwoch-Shows waren das genauso. Die Leute, die das auf die Beine stellen, bekommen am Ende das Geld, weil die den Content liefern, weil die mit ihrem Team reisen, weil die keine Kosten und Mühen scheuen, so ein Entertainment auf die Beine zu stellen. Deswegen geht das richtigerweise natürlich an die Leute, die das veranstalten. Bettelst du auch mal bei Don't Let The Label Label You? Bettelst du auch mal bei Don't Let The Label Label You? Wir waren letztes Jahr schon in Gesprächen und auch schon ziemlich weit. Dann kam allerdings dieses Alpha-Royale-Turnier dazwischen. Deswegen wurde das so ein bisschen wieder auf Eis gelegt. Der Kontakt ist aber nie abgebrochen und ich habe auch natürlich nie was unterschrieben oder auch nie gesagt, ja, pipapo, ich mache das auf gar keinen Fall. Sondern mittlerweile ist es einfach so, ich hoffe, dass der Gegner stimmt, ich hoffe, dass das Geld passt und Bock hätte ich auf jeden Fall. Haben sich die Gagen verbessert? Die Gagen haben sich auf jeden Fall extrem verbessert, kann man nicht anders sagen. Wenn ich überlege, dass es damals halt mit 200 Euro angefangen hat und ich weiß noch, da kam der Jonny, also Ben Salomo, an der Stelle bist du auch gegrüßt, zu mir und meinte halt so, hör mal zu, wenn du jetzt nochmal bei uns battelst, würden wir dir gerne ein Huni mehr geben. Und ich dachte mir so, boah, krass, von 200 Euro auf 300 Euro, schon krass. Und wenn ich jetzt fast forward zu jetzt mache, was man jetzt für Gagen aufrufen kann, ist das wirklich ein maximaler Sprung. Ich glaube, es geht nicht viel, viel mehr, aber ein bisschen mehr geht noch und das ist auf jeden Fall eine ganz klar positive Entwicklung, die aber auch ganz klar synchron mit der Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit einhergeht. Was denkst du nach all den Jahren über die Taggy-Matches? Was denke ich über die Taggy-Matches nach all den Jahren? Das sind Klassiker, absolute Klassiker. Ich habe zu keiner Sekunde bereut, dass ich damals den gefressen habe, also mental gefressen habe, dass ich mir dachte, ich will den auf jeden Fall in einem BMCL haben. Das bereue ich nicht, das ist gut, daraus ist eine geile Fede entstanden, die auch mehr oder weniger noch bis heute anhält. Ich meine, der war jetzt, als ich das Finale hatte beim Alpha Royale, war der wieder mit diesem, seinem alten Shirt da, wo drauf steht, geschlechtslos. So, ist irgendwie, ich finde es eine peinliche Nummer so, weil wenn du nichts mit der Veranstaltung zu tun hast, komm nicht da hin und trag ein Shirt, was irgendjemanden disst auf der Bühne, der da Main-Act ist und du stehst da als Fan. So, aber daran sieht man, okay, das Ding ist noch nicht ganz gegessen so, ob es jemals ein drittes Match gibt, weiß ich nicht, aber das zweite Match, das Rematch ist auf jeden Fall, finde ich, wenn nicht das Beste, dann eins der Top 3 Matches, die es jemals gab. Wie war dein Abischnitt? Mein Abischnitt, boah, mein Abischnitt war schlecht, der war 3,3, glaube ich. Man muss dazu aber auch sagen, entschuldigend, ich bin auch einmal sitzen geblieben, deswegen müsste der eigentlich besser sein, war er aber nicht, weil ich schon damals sehr faul war und ich den Großteil meines Lebens nach dem Motto lebe, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Wirst du einmal international betteln? International betteln, nach dem Battle gegen Disaster habe ich auf jeden Fall Blut geleckt und die Kontakte sind auch da, nur zeitmäßig wird das dieses Jahr auf jeden Fall schwierig, aber es ist auf jeden Fall auf meiner Agenda drauf, also ich weiß ganz genau, dass ich vor meinem 40. Geburtstag auf jeden Fall irgendwann mal in den USA oder in Kanada betteln werde. Was inspiriert dich zur Zeit am meisten? Was inspiriert dich zur Zeit am meisten? Was inspiriert mich zur Zeit am meisten? Da ich jetzt gerade so den Fokus auf die Musik gelegt habe, muss ich sagen, die Sachen, die ich eh schon vorher gehört habe, höre ich jetzt nochmal anders, ich höre jetzt nochmal ein bisschen genauer hin, deswegen würde ich sagen, aktuelle Musik, Musik aus meiner Anfangszeit, so Mitte 90er bis Anfang 2000er, höre ich jetzt sehr, sehr intensiv und lasse mich da inspirieren von den Künstlern, die ich damals schon gefeiert habe. Was willst du am meisten erreichen? Was will ich am meisten erreichen? Ich will am meisten erreichen, dass mein Traum irgendwann mal als gut davon leben zu können, dass ich ein überragender Entertainer bin und dass man mich nicht einfangen kann, dass keiner sagen kann, der macht das, nee, nee, der macht das, sondern genau das will ich. Also ich will, dass Leute diskutieren, ich will, ich habe das einmal schon mal gehabt, da waren wir feiern und dann in so einem Zwischengang meinte jemand, ey, das ist doch der von da und da und der andere meinte, nee, 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 das ist der, der macht das und das. Und dann haben die sich gestritten und beide hatten recht, das war ein geiles Ding, weil genau das möchte ich, also ich kann viel, ich möchte auch viel machen, ich gucke, wo es mich hintreibt, ich habe keine 100% konkrete Vorstellung, ich weiß aber, dass ich alles, was ich machen möchte, auch erreichen werde. Die Frage ist dann, was am Ende dann überwiegt. Was hältst du für den aktuellen Newcomer bei Don't Let The Label Label You? Boah, die aktuellen Newcomer, da sind zu nennen, Josef Steinschleuder, Wolf, Mikesh, weiß nicht, ob der noch ein Newcomer ist, das sind, glaube ich, so die Leute, sorry, wenn ich einen vergessen habe, aber sehr gut, halte ich für super, ich habe mir die auch reingezogen, als die dann jetzt große Matches hatten, dann später nochmal die Du und Deine Lines Sachen reingezogen oder die kleineren Sachen und es ist, unsagbar krass, was die für einen, sorry, was die für einen krassen Werdegang, für eine krasse Entwicklung hingelegt haben, die kommen da richtig mit, mit richtig Cojones auf die Bühne, die fronten die großen Leute und genau das wünscht man sich halt, genau von diesen Leuten muss es halt mehr geben. Und ich, mein Appell geht nochmal an die ganzen Canecks da draußen, es kann nicht sein, dass es einfach keine gibt, so, es kann nicht sein, dass Nidal Nip so der einzige, ich glaube sogar wirklich, Nidal Nip, der einzige Vertreter so der ganzen Canecks ist und der ist sogar noch ein selbsternannter Streber, so ein Maschinenbaustudent, ne, also, wo sind die Street Canecks, die über den Schatten, und ich, mein, ihr, ich mein, ihr beherrscht gerade Deutschrap, so, und warum sieht man davon im Battle Rap nix, so, springt über euren Schatten drüber, seid stark genug, diese ganzen Beleidigungen zu ertragen und, äh, den Hype, den ihr generieren könntet, sieht man ja bei Capital und Z damals auch, den könnt ihr im Battle Rap genauso generieren, so, deswegen, ähm, wäre mein Appell auf jeden Fall an die ganzen Jungs, dass die sich trauen, ich meine, ihr zieht es euch alle rein, ich merke es ja jedes Mal, wenn ich auf der Straße laufe oder so, der Großteil der Leute, die einen ansprechen, sind diese Leute, deswegen, die gucken das, die sollen sich inspirieren lassen, die sollen sich Mühe geben, kreativ sein und die sollen auf die Bühne steppen und die können so viele geile Sachen machen, weil die so eine geile, ähm, die haben eine geile Story, die haben eine geile Attitude, man sieht es ja im Deutschrap, so, das ist auf jeden Fall auch, äh, transferierbar, äh, auf den, ähm, auf den deutschen Battle Rap, deswegen, wäre das auf jeden Fall mein Appell, deswegen, gute Leute brauchen wir, die Newcomer, die bis jetzt rauskommen sind, sind geil, aber es muss noch mehr kommen, es muss noch mehr kommen. Wann bettelst du Finch oder Jarambo? Wann bettel ich Finch oder Jarambo? Ähm, Finch gar nicht, weil der bettelt nicht mehr, der macht ja jetzt seine, ähm, seine Musik, ne, ähm, der geht auf Tour, der ist auch erfolgreich, ich, äh, das ist auch in Ordnung, dass der damit erfolgreich ist, so, aber die letzten, also die letzten zwei Battles waren ja auch eher nicht so, dass man sagen kann, okay, Leute wünschen sich, dass er nochmal bettelt, der soll seine Musik machen, der hat eine riesen Fanbase, der hat super viel Erfolg, äh, sei ihm auch gegönnt, deswegen ist da alles gut, Jarambo ist einer von den eins, ja, einer der wenigen, guten, krassen Leute, die noch nicht, die ich noch nicht gebattelt hab, aber ich bin auch nicht so heiß drauf, jetzt, ähm, nochmal, noch viele Battles, ich hab diesen Battle-Hunger, der ist gerade so, nach fünf Matches innerhalb von 13 Monaten, glaube ich, 14 Monaten, ist der nicht mehr so da, dieser Hunger, aber Jarambo ist auf jeden Fall nicht von der Liste gestrichen, so. Warum auf einmal doch Tranks? Ja, warum auf einmal doch Tracks, äh, warum auf einmal, warum auf einmal, äh, Comedy, warum auf einmal Battle-Rap, ähm, man zieht sich halt vorher rein und denkt sich so, okay, ist nice, man ist Konsument, aber ich hab jetzt auch über Jahre halt so einen Freundeskreis oder Bekanntenkreis in Berlin aufgebaut, der besteht halt zum Großteil aus Hip-Hopern, aus Rappern selber, aus Produzenten und so, und die lagen mir schon öfter mal im Ohr, jetzt nicht nach dem Motto, ja, ey, du bist so krass bei Rapper Mittwoch, du rappst so krass, du musst jetzt unbedingt auch Tracks machen, sondern einfach nur, probier doch mal, kann auch nichts passieren, red dich nicht selber, klein und so, pipapo, und ich hab ja dieses Ding auch so ein bisschen geschürt, dass ich halt auf der Bühne immer sage, ich bin der, der nicht auf den Takt kann, dann, weil ich mir auch in den Textrunden, wo es auf den Beat ging, im Halbfinale bei Rapper Mittwoch auch keine Mühe gegeben habe, jetzt krass zu rappen, weil das im Halbfinale nicht wichtig ist, zurück zu dem Thema, ein gutes Pferd, ich bin nur so hoch, wie es muss, es reicht für eine Halbfinale-Textrunde, zwei, drei Punchlines, wo die Leute jubeln, in dem Text, nicht verstammeln, nicht todesschlimm rappen, so LBB-mäßig, und dann hast du das Halbfinale gewonnen, so, man muss nicht flexen, das geht an solche Leute wie Notice oder, keine Ahnung, Cassius Clay oder Tobi Nice oder so, ne, die halt der Meinung sind, ja, okay, wenn ich jetzt krass runterrappe und so, weil es halt Rapper sind, aber um ins Finale zu kommen, braucht es da was anderes, jedenfalls habe ich das Ding halt so ein bisschen geschürt, nach dem Motto, da kann ich auf Beats rappen, ich treffe den Takt nicht und so, ich habe aber schon ein paar Sachen jetzt gemacht, ich habe auf jeden Fall vor, was relativ Größeres rauszubringen noch, bis zum Juli spätestens, und ich freue mich auf jeden Fall auf die Resonanz, ich lehne mich da gar nicht weit aus dem Fenster und ich will auch da so wenig sagen, wie möglich, 5, 6 Sachen stehen schon, es wird jetzt im nächsten Monat werden nochmal so 5, 6 Dinger reingeknallt, da wird damit so ein bisschen hausieren gegangen, gucken, wer auf was wie reagiert, und, also ich weiß das, ich weiß das, dass es auf jeden Fall sehr, sehr viele Menschen geben wird, die sagen, okay, krass, damit hätte ich nicht gerechnet. Sportwetten, Glücksspiel, Fragezeichen? Sportwetten und Glücksspiel, ein Großteil meines Lebens gewesen auf jeden Fall, akut spielsüchtig gewesen, ich glaube 2006 hat mir ein Kollege das erste Mal so ein Wettbüro gezeigt und meinte so, ja hier, musst du ein paar Kreuze machen, tippst du 10 Euro, kannst du was gewinnen, ist ja wie jetzt, okay, dann habe ich das so ausgefüllt und wie es der Zufall wollte, haben beim ersten Mal direkt gewonnen, also das Schlimmste, was passieren kann, habe dann aus 10 Euro 100 Euro gemacht, ich weiß sogar noch warum, das war, da hat Werder Bremen gegen Juventus Turin gespielt und Tim Wiese hat einen riesen Torwartfehler gemacht, hat den Ball schon gehabt, den fallen lassen, Amazon hat den reingeschoben, glaube ich, und dadurch habe ich dann 100 Euro gewonnen, habe ich dann mit meiner Mutter zusammen geguckt und ich meinte so, Mama, ich habe 100 Euro gewonnen und von dem Tag an hat es, glaube ich, ich, lass mich nicht lügen, anderthalb Jahre gedauert, da war alles weg und das, was ich nicht hatte, war auch weg, aus der Wohnung geflogen, also größtmögliches Debakel gewesen, hat sich auch durchgezogen mit Höhen und Tiefen bis, boah, wie kann man das sagen, bis 2010, 11, so ungefähr, dann war es abgeflacht, dann hatte ich das so ein bisschen im Griff, obwohl man es nie ganz im Griff hat und ich habe aber jetzt seit, wie ist das Datum, ich glaube, 7.1. oder 8.1. nicht mehr gezockt und da bin ich super stolz drauf, das sind jetzt, glaube ich, fast zwei Monate, das ist für jemanden, der spielsüchtig war oder auch ist, also man ist davon nie geheilt, das ist wie Alkoholismus so, das ist für jemanden wie mich, ist das ein super Erfolgserlebnis, ich kriege von meinen Freunden auch übelst Props dafür, das ist krass auf jeden Fall und ich hoffe, dass ich das so durchziehen kann und ja, Glücksspiel war halt auch damals groß, sind wir immer ins Casino gefahren, also jetzt nicht dieses Automatencasino, sondern richtiges Casino, wo du dich schick anziehst, Blackjack war mein Ding, paar Mal groß gewonnen, hundert Mal verloren, schlimmsten Storys erlebt so deswegen, ich kann es keinem raten, also das ist so das, ich glaube, wenn ich überlege, ist das das Einzige in meinem Leben, wo ich sage, hätte ich das mal lieber nicht gemacht, also das bereue ich, wenn ich in der Zeit zurückreisen würde, wenn ich mir eine Sache aussuchen könnte, die ich nicht hätte machen wollen, dann ist es, anfangen zu zocken. Podcast. Podcast habe ich mit angefangen, mit einem guten Kollegen, der mich da instruiert hat, macht super viel Spaß, die Folgen haben auch eine richtig geile Resonanz bekommen, das Ding ist, viele Leute denken, das gibt es nur bei Spotify, weil ich halt diese geilen Spotify Profilbilder halt poste, aber es gibt es, du gibst bei Google einfach Cynics Corner ein, Cynics Ecke und da kommen die ganzen Plattformen, also iTunes, Spotify und komplett for free bei Podigy, heißt das glaube ich, gibst du einfach nur bei Google ein, kommst da drauf, zahlst nichts, jeder kann das hören, jeder kann sich das runterladen, ist wie gesagt kostenfrei und da erzähle ich halt wirklich detailliert über Sachen wie Rassismus, Battle Rap, meinen Arbeitsalltag und solche Sachen. Deine Meinung zu Noir vs. 4x7 Battle? Boah, Noir gegen 4x7, das Battle ist zu dem Zeitpunkt noch nicht raus, deswegen Achtung, Spoiler, wer nichts über das Battle hören will, skippt jetzt so ungefähr eine Minute vor. Habt ihr geskippt? Okay, gut. Also das Noir gegen 4x7 Battle ist ein richtig krankes Ding gewesen, das war das erste Battle seit, keine Ahnung wie langer Zeit, wo ich richtig hyped auf dem Pay-Per-View war, weil ich von jedem gehört hab, der da war, ey Dicker, was da passiert ist, der hat dies und das gemacht und so und es war, ich hab mir das reingezogen, es war nicht ganz so krass, wie die Leute das live vor Ort erlebt haben, was ich aber auch kenne, weil wenn du auf der Bühne bist und diese Spannung auf der Bühne mitbekommst, ne, wenn da bei Noir standen 30 Leute im Rücken, Brecher, bei 4x7 standen 20 Leute im Rücken, da war Testosterone auf der Bühne, ich kann mir genau vorstellen, wie das auf der Bühne war, es kommt über den Bildschirm aber nicht so krass rüber, aber anhand der Crowd-Reactions und anhand des Expertenblicks, der so durch die ganzen Leute schweift, kann man schon erkennen, dass es ein richtig krankes, richtig krasses Ding ist, wo es so wirklich kurz vor der Explosion ist und wer sich das noch nicht als Pay-Per-View geholt hat, muss sich das auf jeden Fall holen, es ist ein richtig krankes Ding an der Stelle, weil ich auch weiß, dass du mir auch immer Props gibst, an der Stelle auf jeden Fall Props an 4x7, es ist, glaube ich, deine beste oder eine der Top 3 Leistungen bis jetzt gewesen, Hut ab auf jeden Fall für die Eier, die du da bewiesen hast, deswegen Noir fürs erste Battle auf jeden Fall gut, dass du mich da so ein bisschen gestichelt hast, lasse ich mal so weg, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass du nach dem Ding nochmal wiederkommst, deswegen krasses Battle, sollte man sich auf jeden Fall als Pay-Per-View gönnen. Wer ist der beste Bundesliga-Spieler? Wer ist der beste Bundesliga-Spieler? Kurz zur Erklärung, falls es jetzt so aussieht nach dem Motto, was spielt der so, der kennt doch die Frage schon, ich habe die Fragen bei Instagram kopiert, an den Kollegen geschickt und dann halt nicht mehr auf dem Schirm gehabt für anderthalb Wochen, deswegen sind die trotzdem noch irgendwo neu, deswegen spiele ich jetzt nicht nach dem Motto so, sondern ist schon real gemeint. Wer ist der beste Bundesliga-Spieler? Der beste Bundesliga-Spieler der letzten zehn Jahre, würde ich sagen, ist Franke Ruiz, der momentan beste Bundesliga-Spieler, war jetzt gerade verletzt, ist Marco Reus in meinen Augen, größter Talent, würde ich sagen, Goretzka, Sancho, Havertz, aktuell bester Bundesliga-Spieler, würde ich dann sagen, wenn alle fit sind, würde ich sagen, Marco Reus. Der Wunschvorstellung vom Battle Rap in Deutschland? Wunschvorstellung vom Battle Rap in Deutschland ist, dass es auf ein Ami-Level kommt, dass nicht unbedingt mehr Leute, weil ich glaube, mehr als 2000 Leute sollten nicht bei einem Battle Live dabei sein, aber dass die Trailer, die Aufmachung, die Charaktere alle noch hochpolierter sind, weil zum Beispiel Diltily, ich feiere die Plattform des Todes, die haben auch mittlerweile qualitätsmäßig Top-Tier-Takeover, Rap am Mittwoch, den Rang abgelaufen, muss man ganz ehrlich sagen, hat aber natürlich auch mit der Art des Formats zu tun, und so, weil wenn du halt nur A Cappella-Battles machst, hast du halt nicht sieben Rotz-Videos, wo Scheiße gefreestylt wird, so, deswegen ist die Leistungssicht hier dann ein bisschen höher und weil es auch einfach ein bisschen einfacher ist und bequemer ist, sich da mit seinen Schluffi-Klamotten in den Kreis zu stellen, 300, 500 Leute, wenn es hochkommt, 1000 Leute finden einen gut, sind alle so sehr wohlgesonnen und so, aber ich kann als MC jeden nachvollziehen, der da gerne battelt, ist eine geile Plattform, beim December-Event waren 1000 Leute da im Festzahl Kreuzberg, es war monumental, gerade mit dem Charambo-Ding oder dem Charambo-Leistung, Mikesch-Leistung, war schon wirklich krass, auch Wolf war krass, es macht immer Spaß da zu sein, ich bin seit Tag 1 auch Fan und Besucher der Plattform, so, das Ding ist aber, dass es halt so leider begrenzt ist, also du, mehr als diese 1000 Leute kriegst du mit dem Format halt irgendwie nicht gecatcht und bei Merlin zum Beispiel waren 1500, es gehen auch glaube ich bis 2000, wird der glaube ich auch demnächst irgendwie auf die Beine stellen, der ist hart, der hat wieder irgendwas im Köcher, ich wünsche mir einfach, dass die Leute, die Battle-Rap machen, die gerne battlen, die guten Leute da, dass die sich mehr Gedanken über ihr Äußeres machen, nicht nach dem Motto, du musst so und so aussehen, sondern einfach nur, komm nicht auf die Bühne und seh aus wie ein Penner, sondern sei dir bewusst, dass das 100.000 Leute sehen, 50.000 Leute sehen, versuch was darzustellen, versuch was zu reißen, das ist Battle-Rap, das ist Posen, das ist Teil des Hip-Hops, man muss da auf die Kacke hauen. Ne, man kann schüchtern sein, wie man will, aber man muss, man muss was, man muss was darstellen, du musst dir jetzt nicht, wenn du da vorher mit Knitterhemd stehst und was zu kurz ist, man sieht deine Unterhose und so, das ist so, so läufst du 9 Uhr morgens nach dem durchzechten Wochenende so in deiner WG rum, komm nicht so auf eine Bühne, egal was für eine Bühne, seh fresh aus, gib dir ein bisschen Mühe und versuch was darzustellen, hau auf die Kacke. Das würde ich mir wünschen, dass dieses Showmanship, weil Battle-Rap, wer Ami-Battles guckt, weiß das, ist Showmanship. Es gibt dieses Understatement, gibt es im Battle-Rap nicht. Deswegen hört bitte auf damit, schämt euch nicht, was aus euch machen zu wollen, ihr seid trotzdem immer noch ihr selbst, aber mehr Show, haut mehr auf die Kacke. Ja, das ist mein Statement dazu. Was für Support-Möglichkeiten gibt es bei dir? Mich zu supporten gibt es, indem man, ja, ganz easy, meinen Merch kaufen. Also ich habe jetzt hier den, das ist sogar der allererste, man sieht es vielleicht auch ein bisschen, das ist der allererste, ich verstehe die Frage nicht, Hudi, den ich gemacht habe, den habe ich damals als einziges Stück gemacht, vor einer Battlemania in München, 2015 war das, glaube ich, im September oder so, war man mal in München, nicht mich abstrafen, wenn ich jetzt lüge, oder wenn ich es nicht mehr genau hinbekomme, aber, genau, Merch kaufen, davon kommt jetzt die neue, die neue Rutsche kommt jetzt ab 1. April, Ende März, 1. April ist die neue Rutsche da. Ich habe auch Shirts für ein bisschen günstiger, Hashtag IVDFN, ich verstehe die Frage nicht. Die anderen sind auch schon, also ich habe nichts mehr zu Hause, bis auf ein paar Shirts noch, das ist auf jeden Fall die, die direkteste Variante, mich zu unterstützen, ansonsten, Dicker, ich bekomme jeden Tag so schöne Nachrichten und diese ganzen Likes und Follows und Views und so, das ist alles Props, was ich auf der Straße jeden Tag erlebe, deswegen, wenn ihr mich seht und das feiert, sagt mir das ruhig, kommt nicht an nach dem Motto, du fixst jeden, sondern, das sind nicht meine Fans, und meine Fans kommen und sagen, ohne Spaß, textlich, wie du das und das gemacht hast, finde ich nice, ich feiere deinen Humor, du bist zwar nicht der krasseste Rapper, aber wie du das und das machst und so, ist geil, mit Köpfchen, pipapo, gebt Props, das ist auf jeden Fall Feedback, da freut sich jeder Battle Rapper drüber, seid euch nicht zu fein, Props zu geben, Leute zu loben, die auch anzuschreiben, weil wenn ich jede Nachricht lese, dann liest jeder andere Battle Rapper die auch, weil keiner hat mehr im Postfach als ich, sage ich jetzt einfach mal so, ab einer gewissen Größe geht es nicht mehr, aber wenn ich das noch schaffe, dann wird es ein Jizzy, der vielleicht noch ein bisschen mehr zu tun hat, werden die Leute das auch schaffen, deswegen schreibt die an, wer fies kommentieren kann, kann auch positive Nachrichten schreiben. Ben Salomons Rap am Mittwoch oder Top Tier Takeover, was ist besser? Nochmal bitte. Ben Salomons Rap am Mittwoch oder Top Tier Takeover, was ist besser? Okay, jetzt nochmal. Ben Salomons, Ben Salomons Rap am Mittwoch, Salomo. Salomo heißt wirklich nur Salomo? Ben Salomos, Okay, Ben Salomos Rap am Mittwoch oder Top Tier Takeover, was ist besser? Kann man nicht vergleichen, weil das eine ein Successor ist von dem anderen. Ich persönlich muss aber sagen, aus der emotionalen Sicht, geht für mich nichts über Rap am Mittwoch. Da habe ich, kann auch, wie gesagt, nur aus rein emotionaler Sicht sein, da habe ich angefangen, dieses Logo, diese Hymne, Ben Salomo beim Moderieren, dritte, vierte, fünfte, dritte, vierte Saison. Ich habe leider die komplette Hochzeit verpasst, wo man sich noch streitet. War die dritte die beste oder die vierte Saison? Aber meiner Meinung nach, weil ich auch selber nicht dabei war, würde ich die dritte als beste bezeichnen und ich wünschte, ich wäre ein Jahr früher nach Berlin gekommen, nur um das zu sehen, nicht um mitzumachen, weil ich glaube, wenn ich da, keine Ahnung, Karate an die Mainbo, Atzenkalle zu Hochzeiten bekommen hätte, wäre mein Weg vielleicht auch nicht so verlaufen. Aber für mich geht da doch im Endeffekt nichts über Rapper am Mittwoch, weil das einfach, die Leute haben das ja immer noch in ihren Köpfen. Du hörst ja immer noch jeden Tag auf der Straße, hey, hey, Rapper am Mittwoch, pipapo, Rapper am Mittwoch. Es wird schwer, es wird ein langer Weg, das Top-Tier-Takeover zu etablieren, aber was man sagen muss ist, die Leute geben sich Mühe, der Look ist geil, die Matches sind geil, es wurden Verbesserungen vorgenommen, die es vorher nicht gab. Deswegen das, was man verlangt, dieser Legenden-Status von Rapper am Mittwoch, den kann Top-Tier-Takeover gar nicht haben, noch nicht, wird es aber hoffentlich sagen. Ich freue mich schon auf den Tag, wo es dann Rapper am Mittwoch, wo das halt wirklich so oldschool ist, dass dann halt jeder sagt, Top-Tier-Takeover. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Kato? Meinung zu Kato ist ein krasser Battle-Rapper, kein Newcomer mehr, war letztes Jahr glaube ich, Newcomer oder vorletztes Jahr, Bomben-Battle-Rapper. Das ist so, wie man sich das wünscht. Was ich eben auch gesagt hatte, der battelt mir ein bisschen zu viel, strategisch platziert er seinen Marktwert, nicht clever genug, legt der glaube ich aber auch keinen Wert drauf. Der will einfach nur battlen, einfach nur Leute zerfetzen. Der hat genau die richtige Aggression, der hat geile Lines, der hat Freestyle-Abilities, die sind grauenhaft, heftig, so also, dass man wirklich Angst davor haben muss. Was sagt man in seinen Runden? Also, wenn ich den battlen würde, wäre es so, würde ich anders battlen als normal, weil keiner, den ich so a cappella battle, hat krasse Freestyle-Fähigkeiten, dass ich mir denke, okay, wenn ich das so und so sage, kann er mir das krass umdrehen. Aber bei ihm wäre es zum Beispiel so, dass ich mein Geschriebenes auch ein bisschen anpassen würde und ein bisschen noch mehr Fehler lesen würde. Einfach nur vor Respekt, aus Respekt vor seinen Kontermöglichkeiten. Der Junge ist krass. Der ist einer der wenigen Allrounder auch, Freestyle und a cappella. Es gibt wenig Leute, die das auf dem Niveau können. Das sind vielleicht fünf, wenn überhaupt. Da muss man auch immer noch den Hut vorziehen. Deswegen an der Stelle auf jeden Fall Grüße an Kato. Wir sind ja auch in Kontakt. ab und zu mal schreiben, mal so ein bisschen geben Feedback. Guter Junge und vielleicht kommt es irgendwann zu einem Match. Weiß man nicht. Kapitals Aussage zum Thema Bushido, Polizei und den arabischen Clans. Das ist jetzt fernab von Battle Rap. Kapitals Aussage zu Bushido. Ich finde, man sollte Kapital an der Stelle auch Grüße an dich, siehst du wahrscheinlich sowieso nicht und wenn du siehst, dann wirst du es nicht ganz mehr verstanden. Keine Ahnung, weiß wie das gemeint ist. muss man erst mal sagen, also ich kenne ihn ja noch von damals, der war, ich glaube, der war ja insgesamt nur drei, vier Mal bei uns. Hat gefreestyled, mehr oder weniger. Hat ein monumentales A Cappella abgeliefert, wo man schon gemerkt hat, live die Stimme, brutal. Die Textrunden, krass, man hat schon gemerkt, okay, der ist nicht lange hier so, das Potenzial ist krank. Ging dann auch so und ich weiß noch, der ist halt so, obwohl der schon Hype hatte, hat der, habe ich noch, hatten wir noch so ein bisschen Kontakt und dann habe ich mal so ein Handy gewonnen, dann hat der mir das Handy abgekauft und das weiter vertickt. Also der ist halt, ich glaube, der ist wirklich so, der lebt einfach einen Tag rein, der macht sich nicht großartig Gedanken darüber, wie komme ich jetzt an, muss ich dem gefallen, muss ich dem gefallen. Der ist ein Unikat, der ist zu Recht da oben, der macht meiner Meinung nach zu viele Songs, der ist auch zu viel Ausschussware ein bisschen dabei, aber darum geht es heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr. Das Qualitätsmanagement ist quasi nicht mehr existent im heutigen Rap, so im Streaming-Zeitalter. Deswegen, um zu seinen Aussagen zu kommen, sollte man vorher, glaube ich, auch für sich festmachen, dass Aussagen von Kapital jetzt nicht, keine Aussage von, weiß ich nicht, einem Manuelsen ist oder keine Ahnung. So, also das ist, glaube ich, viel aus der, okay, jetzt widerspreche ich mir ein bisschen, aber ich meine so vom gestandenen Alter her, von der Erfahrung her, wenn Manuelsen mir sagt, so und so ist das, ist auch emotionsgetrieben, aber beim Kapital ist, glaube ich, alles aus der Emotion raus, so diese kurzen Videos, pipapo. Deswegen, ich wünsche mir mal ein Interview, ich wünsche mir mal wirklich ein klares Interview, wo er ein paar Sachen beantwortet, würde mich auf jeden Fall freuen. Er hat seinen Erfolg zurecht und was der jetzt über Bushido und seinen arabischen Klang gesagt hat, kann ich nicht beurteilen. Ich habe Arafat einmal nur getroffen, als ich bei Papa Ari mit einem Freund war. Da war der, da hatten wir auch ein bisschen Schiss, da war der aber, da war der sehr, sehr freundlich, aber so psychofreundlich, ne? Nach dem Motto, ah, du bist doch hier der Freestyler, ne? Freestyle doch mal. Freestyle doch mal ein bisschen. Ich so, nee, kann ich nicht machen, so, dann bin ich gleich tot, will ich nicht, ich kann nur so und so machen. Der macht doch hier über Motorrad, Vogel, Straßenbahn und so. Und so, nee, nee, pipapo. Auf jeden Fall, ich habe den halt sehr, sehr lustigen, korrekten Typen kennengelernt. Bushido kennt man gar nicht, den hat auch nie einer irgendwo gesehen. Deswegen kann ich den Aussagen von Capital jetzt nicht zu viel Bedeutung zuschieben. Ich glaube aber, das ist alles aus der Emotion heraus und das wird sich auch, glaube ich, alles widerlegen. Inwiefern hat Battle Rap dein Leben verändert? Das ist was, worüber ich mir viel Gedanken mache, weil ich sehr, sehr reflektiert bin. Battle Rap, muss ich sagen, hat mein Leben auf jeden Fall verändert. Kann man nicht anders sagen. Das Ding ist jetzt, die Gedanken, die ich mir mache, ist, ist das nicht irgendwo lächerlich, dass ich mir so denke, dass es ein Fakt ist, dass von einem 30-jährigen oder 31-jährigen Mann, der das und das erlebt hat, dies und das gemacht hat, so eine kleine Sache wie Battle Rap so viel Veränderung in seinem Leben nach sich zieht, ist im Endeffekt aber nicht peinlich, wenn man es auf mich bezieht. Wenn ich jetzt ein 30-jähriger Lowlife gewesen wäre, der zu jedem Freestyle-Battle hinfährt und da mal verkackt oder hier mal was reißt oder so unter ferner Liefen einfach läuft und es immer weitermacht und nichts auf die Kette kriegt, ist es was anderes. Aber ich kann es insofern mit Stolz sagen, dass es mein Leben verändert hat, weil ich das genutzt habe, weil ich das meistmögliche da rausgezogen habe. Ich bin mit dem nötigen Ernst, mit der nötigen Vorbereitung, mit dem nötigen Respekt, Respekt auf Battle Rap bezogen, reingegangen nicht, Respekt den Gegnern gegenüber und habe das Ding großgezogen. Ich habe mit als Erster mit Merch angefangen, ich teile immer wieder Schnipsel, ich habe Autogrammkarten, Sticker, Pipapo. Es gibt keinen Battle Rapper, der das so professionell, kann man schon sagen, ohne Gänsefüßchen, so professionell aufzieht wie ich. Und wenn man überlegt, was sich durch dieses Battle Rap Ding alles noch so entwickelt hat, was für Kontakte ich habe, was für Aufnahmemöglichkeiten ich habe, welche Leute Props geben, was für Leute ich im Telefonbuch habe, wie viele Leute mich kennen, was für eine Einnahmequelle das mittlerweile ist, das kann sich auch kaum jemand vorstellen. Ich habe Vorträge gehalten hier, ich wurde da eingeladen, die und die Sachen sind in Planung. Es hat seine Kreise gezogen und durch dieses Ding sind auch Leute auf mich zugekommen, aus der Rap-Branche, aus der Stand-Up-Comedy-Branche und so hat sich dann auch dadurch dieses Ghostwriting-Ding entwickelt. Deswegen kann ich mit Fug und Recht behaupten, Battle Rap hat auf jeden Fall mein Leben verändert. Zum Guten. Aber die eigentliche Entscheidung war ja, ich mache Stand-Up-Comedy, ich ziehe nach Berlin, da habe ich durch Zufall Rapper Mittwoch entdeckt und der Rest ist halt nicht Geschichte. Geschichte wird noch geschrieben, aber die letzten fünf Jahre habe ich halt damit verbracht. Ehrliche Meinung zu Mighty? Ehrliche Meinung zu Mighty Mo. Es ist ein außergewöhnlich guter Battle Rapper, gar keine Frage, ist auch ein guter Rapper, was die A Cappella-Technik angeht. Ich finde seine Tracks, ehrlich gemeint, ehrlich gemeint, nicht krass, also krass, dass ich mir denke, so heftig, so Karate-Andi, kapitalmäßig. Aber was Battle Rap angeht, der Fleiß, diese, ich habe das auch letztes Mal Nidal Nip, was heißt letztes Mal, vor einem Jahr Nidal Nip gesagt, der hatte gegen mich das Titelmatch, hatte zu Recht gewonnen, 5-0, und hat einen Monat später ein Battle auf dem Frauenfeld-Festival gegen Cassius Clay, glaube ich, und hat da einfach wieder einen Text parat gehabt, wo ich mir denke, wie kann man innerhalb von einem Monat auf so einen krassen Text kommen und den so auswendig lernen und das auf jemanden zugeschneidert, diese Reimketten da raushauen. Das ist eine unheimliche Qualität und ich, jetzt wo das ganze Ding auch vorbei ist, kann ich auch ehrlich sagen, mich ehrt das auch, dass so jemand mich auch auf Augenhöhe sieht oder mir auch persönlich sagt, Dicker, du hast hier einen Platz, ich habe bei dir vor allem was Besonderes gesehen und dass man sich nette Sachen austauscht, Respekt austauscht, das ehrt mich auf jeden Fall, weil solche Leute müssen das nicht machen. Die ganzen Rapper müssen keine Props mir geben, weil ich ein Comedy-Affe bin, so, und jemand, der seit 15 Jahren oder seit 9 Jahren Battle Rap macht und seit 15 Jahren rappt, muss mir auch keine Props geben. Vor allem nicht jemanden, der nicht versucht, Hip-Hop zu sein, sondern der einfach seine Linie so straight durchzieht, der nicht versucht, schnell zu rappen, der nicht versucht, viel Wert auf Reime zu legen, sondern der seine Schiene gemastert hat und durchzieht, ignorant durchzieht, respektlos durchzieht, dem muss man keine Props geben, hat der aber gemacht und das, was ich jetzt gar gesagt habe, über seine Qualität bleibt auch so bestehen. Bei welchem Gegner denkst du, oh fuck, der fickt mich? Ne, ist eine andere Frage. Bei welchem Gegner hast du das mal gedacht? Hier steht eine, hier steht eine. Okay, ja, war aber so gemeint. Also nochmal, sagst du mal? Bei welchem Gegner hast du, hast du mal bei einem Gegner gedacht, oh scheiße, der fickt mich? Okay. Hast du mal bei einem Gegner gedacht, oh scheiße, der fickt mich? lass mich kurz überlegen, wieder dieses M ist glaube ich bei der Hälfte der Frage, weil ich aber wirklich überlegen muss. Nochmal jetzt. Hab ich mal bei einem Gegner gedacht, der fickt mich? Nein, außer im Freestyle, ich hab mal in einem Park gegen Freestyle, gegen Tierstar gebattelt, da hat er mich auseinandergenommen. Tobi Nice im Freestyle war auch. Sonst, das einzige A Cappella mäßig, wo ich mir auf der Bühne dachte, okay, ich bin hier unterlegen, war gegen Jizzy beim Frauenfeldfestival. Das war halt so ein reines Punchline-Treffen so. Frauenfeldfestival ist halt kein, ist halt kein, da geht man nicht hin, um die Gegner zu zerstören, da geht man hin, um ein geiles Wochenende zu haben, ein paar Euros mitzunehmen und Punchlines auszutauschen so. Aber da hab ich schon auf jeden Fall gemerkt, wie es ist auf der Bühne, wenn du dem gegenüberstehst, was für eine Punchline-Dichte der hat, wie die Leute den auch feiern, auch zurecht feiern und da will ich gar nicht wissen, wie sich andere Leute gefühlt haben, als der denen gegenüberstand und das auch noch gemixt hat mit so ein paar ernsthaften Sachen. Es wird auf jeden Fall wieder Kommentare geben nach dem Motto, aber Mighty hat den auf 5-0 gefickt, warum nennt der den nicht? Auf der Bühne hatte ich nicht das Gefühl. Also wer sich das Battle anguckt, dieses Titelmatch, sieht, das ist insgesamt kein gutes Battle. Ich verfehle komplett das Thema und Mighty ist halb heiser und schreibt mich da einfach nur an. Aus dem Battle sind, glaube ich, zwei Lines hängen geblieben und eine davon ist dieses Juden-Ding und deswegen hat das überhaupt, glaube ich, auch eine halbe Million Views. Also es ist kein gutes Battle gewesen und ich stand auf der Bühne nicht da und dachte mir, scheiße, der fickt mich gerade, sondern ich dachte mir so, scheiße, warum feiern die Leute meine Sachen nicht? Nochmal Karra, eins, zwei, drei, nochmal Karra Radiada. Nochmal Karra Radiada. Auf jeden Fall Urlaub machen, jedes Jahr, so oft wie es geht. Arbeiten leider nicht mehr. Ich würde es vom Herzen gerne nochmal machen, weil es einfach die schönste Zeit überhaupt ist. Du bist halb Urlaub, halb Arbeit, du lebst am Meer, du verdienst gutes Geld, geiler Chef, geile Gäste im Tschukka, in Karra Radiada. Deswegen, wer noch keinen Sommerurlaub gebucht hat, kann mit Karra Radiada wirklich nichts falsch machen. Glaubt mir. Mittlerweile ist es auch nicht mehr so, dass einfach nur ganz NRW da ist, sondern einfach auch, wie gesagt, Berlin, der Süden und so. Leute, er hat sich einfach rumgesprochen, dass das ein geiler Ort ist, der mit Ballermann nichts zu tun hat. Und ich werde da leider nicht mehr arbeiten, werde aber so oft es geht auf jeden Fall da hinfahren, im Urlaub, die Kollegen besuchen. An der Stelle auf jeden Fall die Kollegen aus dem Tschukka gegrüßt. Andi, Steven, Nico und, habe ich noch jemanden vergessen? Teufel natürlich, klar. Also. Siehst du dich als Rapper, Comedian oder Battle Rapper? Die Frage habe ich letztes Mal in einem Interview beantwortet, was noch, glaube ich, gar nicht draußen ist. Ich muss das echt prozentual aufzeilen, wobei ich im Hinterkopf auch habe, dass man sagt, du kannst nichts halb machen. Du musst eins 100% fokussiert machen, sonst klappt das nicht. Ich bin da aber nicht der Meinung, weil bis jetzt habe ich auch, bin ich drei, viergleisig gefahren und Qualitätsverlust war jetzt nicht unbedingt bemerkbar, sondern einfach nur die Zeitintensität, die man da reinsteckt, das Zeitinvestment so. Deswegen würde ich momentan, von meiner momentanen Arbeitsaufteilung, was ich kreativ zu Hause mache, sagen, 50% beschäftige ich mich mit Rap, 30% mit Comedy, heißt eigene Comedy und für andere schreiben und 20% Battle Rap, das heißt aber auch Merchandiseplanung, Instagram und weitere Bookings. Warum nennst du dich Most Viewed? Ich verstehe die Frage nicht. Also es gab bei Instagram so einen übelst dummen Kommentar, warum nennst du dich Most Viewed, wenn selbst LBB mit seinem Best-of mehr Likes hat, als du mit deinem Best-of? Most Viewed kann ich nur die USA als größte Liga der Welt wieder rezitieren. Wenn Arsenal oder ein DNA oder ein Desaster sagt, wir sind Most Viewed, dann zählt man natürlich die ganzen Views zusammen. Also wenn du alle Views zusammenzählst, gibt es keinen, der mehr Klicks hat als ich, mehr Views hat, keine Ahnung, mehr Daumen nach oben. Es gibt auch keinen, der mehr Gage bekommt als ich, es gibt keinen, der mehr Merch verkauft. Das ist, wie gesagt, klingt jetzt arrogant, aber Battle Rap ist Showboaten, das ist Eier zeigen, das ist Arrogant sein, das ist Teil vom Rap und wenn kein Rapper stellt sich doch hin und sagt, ich habe am fünftmeisten Geld, meine Kette ist so mittelgroß, sondern alle übertreiben doch. Und ich habe das vorher recherchiert, ich habe es zusammengezählt, ich habe alles durchgegangen, dass ich weiß, wenn ich diesen Hashtag benutze, kann mich keiner ankacken, weil es ist einfach so. Ich bin der Most Viewed, keiner hat mehr Views als ich. Aus. Einfache Frage, wie alt bist du? 35. Ich bin jetzt 35, ein Halb, werde jetzt 36 und das ist, ich glaube, die Hälfte meines Lebens ist rum, so wie ich bis jetzt ernährt habe oder auch vom Lifestyle her so. Aber was ich noch sagen will an die Jüngeren da draußen, das sind wahrscheinlich viele, weil Leute über 35 gucken das wahrscheinlich kaum, macht euch keine Sorgen, habt keine Angst vor, macht euch keinen Druck nach dem Motto, ich bin jetzt schon Anfang 20, ich bin schon Mitte 20, die Sätze hört man ab und zu mal, ist lächerlich so. Ich habe erst mit 30, also mit 30 bin ich drauf gekommen, was ich überhaupt machen möchte. Da hat es Klick gemacht und ich dachte mir, hey, bevor ich das Studium zu Ende mache, was wäre eigentlich so der Traum, was würdest du eigentlich wirklich machen? Ich meine, ich hatte schon vorher eine Chance als Fußballer, habe ich verkackt, weil ich zu nervös war und nicht gut genug und habe dann mit 30 nochmal eine Eingebung gehabt nach dem Motto, ich will Entertainment machen, ich will Stand-up-Comedy machen und dadurch ist das alles jetzt entstanden und das wird noch so groß, deswegen macht euch keinen Zeitstress. Fangt an, brecht ab, fangt an, brecht ab, keiner kann euch da reinreden. Macht euch, wenn ihr Mitte 20 seid und noch nicht genau wisst, ist es so scheißegal, einfach durchziehen. Nehmt euch mich als Beispiel, ich bin kein Paradebeispiel, ich bin jetzt auch nicht der Chartstürmer oder der Reichste oder so, aber ich habe das gefunden, was ich machen will und ich bin auf dem Weg dahin, davon leben zu können. Einen größeren Traum sind wir uns, glaube ich, alle einig, gibt es nicht. Warum kannst du Colin nicht leiden? Ja, das kann man so nicht sagen, also nicht leiden kann man so nicht sagen. Mich hat es ein bisschen überrascht, ich war auf seiner Tour in Wien auch schon dabei, da war alles super, imposante Erscheinung, hochintelligenter Mann, habe halt nur in Dortmund, als ich meinen Real Talk Part da halt gebracht habe, gemerkt, dass er so ein bisschen dünnhäutig ist, dass er so ein bisschen beleidigt war und dann das Battle auch eigentlich nicht an mich geben wollte, nur weil ich die Hälfte der dritten Runde halt die Veranstalter so ein bisschen gepikst habe und im Finale war es dann halt so, ist halt zum Eck klar gekommen, da fange ich halt an, die Gemeinsamheiten so aufzubauen zwischen Maiti Moore und Kollegah, will gerade starten, die Gemeinsamkeiten zwischen Felix und Moritz und dann labert er einfach dazwischen und sagt sowas wie, meine Güte, jetzt geht die Scheiß schon wieder los, aber in einer Lautstärke, die halt so nicht murmeln ist und es ist einfach wirklich in der Geschichte des Battle Raps, ich übertreibe mal gerne, aber das ist wirklich Fakt, es ist noch nie vorgekommen, dass der Veranstalter, weil Lines gegen ihn gedroppt werden, was sagt, also das, ich habe noch nicht mal angefangen und der labert schon dazwischen, so als Veranstalter kannst du das nicht bringen, Ben Salomo, Tearstar, Mike Fiction, Drop Dynamic, Mighty P, alle waren schon irgendwie Judges und haben Lines gegen sich bekommen, alle stehen ruhig da, weil jeder kennt die Regeln im Battle Rap, so und er hat keinen Bock da drauf gehabt, so und sein Ego hat es halt nicht mit ihm irgendwie vereinbaren können, dass er dann halt sich denkt, dass er es einfach nur denkt, jetzt geht die Scheiße schon wieder los, sondern dass er es einfach wirklich sagen musste, laut und zur Erklärung, was viele Leute nicht wissen, ich bin da nicht aus meinem Text rausgekommen, ich hätte auch, als er dazwischen gerufen hat, einfach weitergemacht, normalerweise, aber was keiner weiß ist, vor dem Battle ist schon jemand, das habe ich auf der Bühne auch zum Motrip gesagt, als er mich gefragt hat, warum machst du nicht weiter, sieht man auch, wie ich dem sage, du weißt nicht, was vorher passiert ist, vorher, vor dem Battle ist schon jemand aus dem Dunstkreis des Imperiums zu mir gekommen und hat halt gesagt, ey, das in Dortmund fanden wir schon nicht so cool und wäre cool, wenn heute sowas nicht nochmal passiert, weil die Leute sind ein bisschen dünnhäutig, hier sind ein paar Leute dabei, die sind nicht so lustig drauf und wurde mir durch die Blume halt gesagt, ich solle ein bisschen aufpassen und genau das ist in der Sekunde halt auch durch meinen Kopf geschossen so, ich habe meinen Text nicht vergessen, ich bin meinen Text durchgegangen und dachte mir so, ist das zu krass, ist das nicht zu krass und dachte mir aber da so, zu dem Zeitpunkt, ich habe die zwei beiden ersten Runden eh schon gewonnen, die Hälfte von der Runde reicht auch, ich habe das Battle sowieso gewonnen, ich kann auch jetzt aufhören theoretisch, habe dann noch was gefreestylt, Colin noch einen mitgegeben und dann war das Ding ja durch, so, so habe ich mir das gedacht, habe ich es auch gemacht, ist auch gut angekommen so und dann haben aber auf der Bühne und so die Leute, ja, nee, nee, Kollege hat das Mikrofon genommen, hier, du sollst zu Ende rappen, ich habe doch hier, als ob ich jetzt hier, bin doch nicht beleidigt, aber das ist halt irgendwann, wiederholt sich halt alles und pipapo, das sind halt so Sachen, wenn ein Kollege mir auf der Bühne sagt, ja, wenn nämlich jetzt das dritte Mal das, das wiederholt sich irgendwann, es macht für mich keinen Sinn, denk dir das, aber sag das halt nicht in einem Battle so, weil deine Meinung interessiert erst nach dem Battle und nicht während des Battles, sind halt so Regeln, wenn man im A Cappella Battle Rap nicht so drin ist, dann weiß man das vielleicht nicht, aber das ist auf jeden Fall, das sind ungeschriebene Gesetze so und es ist ja nicht umsonst so, dass einfach jeder sich bis jetzt immer dran gehalten hat, über Jahre hinweg so. Deswegen kann man nicht sagen, deswegen kann man nicht sagen, deswegen kann man nicht sagen, ich kann dir nicht leiden, aber das hat mir halt zu verstehen gegeben, obwohl der halt so nach außen so und so ist, diese krasse Figur verkörpert und dieses Alpha Imperium und pipapo, ist es anscheinend doch nicht ganz so angenehm, wenn ein halbschwarzer Streber einem so ein paar Lines mitgibt. So, das zum Thema. Also es hat nichts mit nicht leiden zu tun, es ist einfach nur der Start war nicht der günstigste, war von mir aber auch nicht so geplant und was sich im Finale abgespielt hat, hat einfach nichts mit professionellem Verhalten zu tun. Was waren die Gedanken während des Battles? Die Gedanken während des Battles waren krass, wie voll das auf der Bühne war, man hat den Druck gespürt und meine Gedanken waren einfach nur, vergiss deinen Text nicht, bring deinen Text, lass ihn nicht rausbringen, bring deinen Text und performe und habe Spaß, soweit es geht. Und ich habe es einfach durchgezogen, ich habe das, Entschuldigung, ich habe das in meinen Augen gut gemacht, es hat fast alles gezogen, eins, zwei Lines, die gedacht waren, dass Lacher kommen, kamen nicht, habe mich aber auch nicht rausgeworfen, habe alles so durchgezogen und bin im Endeffekt von mir selber erstaunt, weil wie ich die Situation gehandelt habe mit diesem Reinrufen halt, dass ich da halt noch mit dem Freestyle rausgekommen bin, gut auch, danach wieder reingefunden habe und dann auch noch gezündet hat und dann in dieser, in so einer monumentalen Line, so im quasi emotionalen Höhepunkt des ganzen Battles, wenn es einen gab, dann war das halt der, in der dritten Runde, wo dann halt die und die Line kommt und dann halt alle so, wow, gerade wurde der unterbrochen und jetzt findet er wieder zurück und bringt noch dieses geile Ding, er zieht noch durch so, deswegen, und als meine dritte Runde vorbei war, stand ich da so und habe einfach im Publikum Leute gesucht, denen ich so zuzwingen kann, die ich kenne und Daumen zeigen und so, weil ich stand da und dachte mir so, krass, Alter, ich habe jetzt einfach einen Deal, ich habe jetzt wirklich einfach einen Deal, ich habe auch zu meinen, ich habe meine Freunde gesucht, und dachte mir, krass, Alter, du hast es echt geschafft, heftig, geil, also ich war einfach nur froh, glücklich, dass ich über die Bühne gebracht habe, dass alles so gezündet hat und dass das Battle so gut verlaufen ist und dass Mighty Mo die ganze Zeit so ins Leere geschossen hat und ich dachte mir so, geil, das waren die Gedanken in meinem Battle, das waren die Gedanken in meinem Battle, ja. Warum bist du nur angetreten, wenn du doch meintest, man benutzt euch nur? Der Real Talk Part ist aufs Halbfinale angesprochen gegen Lurico jetzt, als ich gesagt habe, ja, wir sind nur Marionetten, pipapo, stimmt auch alles so, musste irgendwie von meiner Brust das irgendwie runter auf jeden Fall, das Ding ist, die haben die Gagen angepasst und der Preis war gut und ich habe es halt durchgedacht, wenn du ins Finale kommst, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, wenn die und die Gegner da sind, wie zahlt sich das vom Output her aus, vom Monetären her, was kannst du da rausholen, wie ist die Reichweite und wenn das größte Turnier, was jemand veranstaltet wurde, irgendwie stattfindet, dann muss Cynic einfach dabei sein, das habe ich mir gedacht, das ist eine Plattform, ich battle gerne, ich bin dabei, am Anfang habe ich meine gegenteilige Meinung geäußert, den Mitgliedern gegenüber, die haben das dann angepasst, nicht jetzt wegen mir nur, aber die Gagen haben gestimmt, war alles in Ordnung, aber das, was ich gesagt habe, ist trotzdem Real Talk gewesen und ich wollte einfach ein Land zerbrechen für die ganzen Battle Rapper und es sind auch Leute angetreten, die so im zweiten Turnier dann, die damit eigentlich überhaupt nichts zu tun haben, die auch gar nicht da hätten antreten dürfen, eigentlich, wenn es jetzt um das Standing oder über die, von der, wenn es jetzt um die, um das Mindset so geht, nach dem Motto, ich bin eigentlich so ein Kleiner, ich will eigentlich gar nicht die große Bühne, pipapo, selbst die haben mitgemacht und dass ich beim größten Battle Turnier als Cynic mitmache, ist glaube ich selbsterklärend und dass ich die Chance dann halt nutze, nochmal ein bisschen Schüsse loszuwerden, glaube ich auch. Wann kommt dein Track auf Kollegahs Channel? Track auf Kollegahs Channel kommt safe niemals, so Massacke sagt niemals nie, aber da sage ich safe nie, so weil diese so Pimmelsalmosen braucht man mir nicht vorwerfen, so also das ist, obwohl das mein Mantra ist, so dieses Respektlose auf der Bühne, ist halt so sehr, sehr, sehr respektlos gewesen auf der Bühne dann halt Sachen zu sagen, ja, wenn ich will, machen beide ein Album, weißt du was, komm, ich habe dich jetzt hier quasi verschaukelt, aber wenn du willst, mach doch einen Track auf meinem Kanal, so welcher Mensch, das Wort Ehre und Stolz, Stolz, okay, aber so Ehre, dieses Ehrenwort, das gefällt mir nicht so, für mich ist das so Ehre, Stolz, ich weiß nicht, man fühlt sich so, man fühlt sich so, aber wenn man es beschreiben müsste, müsste man es so beschreiben, mein persönlicher Stolz als Battle Rapper, also mein Gefühl, sagt mir, wenn mich jemand so behandelt, bei meiner, geliebten Kunst mich so verschaukelt und mir dann Almosen hinwirft, bin ich doch keiner, der sagt, ja, okay, danke, dann nehme ich den Euro, dann mache ich da vielleicht was draus, so lächerlich, so gehe nach Hause, safe, nie so, das ist auch, das war eine Affekthandlung, dieses Kopfschütteln, nein sagen und das ist aber auch, ich handel aus dem Affekt eigentlich meistens auch richtig, deswegen bleibt es natürlich bestehen, so ein Track wird da natürlich niemals verliest, auch wenn du dadurch natürlich indirekt eine Maschinerie gegen dich hast, schon von Anfang an so, aber das ist, das ist mir eigentlich egal, ich bin ein sehr, sehr kleines Licht, ich habe so meine kleine Fanbase, die wird hoffentlich noch größer und das sind, das hat mit der Fanbase von diesen Leuten nichts zu tun. Was sagen die anderen Kollegen von Rap am Mittwoch zu der Entscheidung? Ja, dasselbe, was jeder, der anwesend war, zu der Entscheidung gesagt hat, ich glaube es waren, sagen wir mal, es waren 1000 Leute anwesend und 970, 980 haben es gleich gesehen, das Battle so, vier von den 20, die es falsch gesehen haben, waren halt zufälligerweise im Gremium und klar, Tearstar von Rap am Mittwoch hat für mich gewotet, weil der halt Ahnung hat, der weiß, dass es in einem Battle um Punchlines geht, so wer hat mehr Punchlines, der gewinnt das Battle so, ne, und ist auch ein Zeichen, dass so keiner von den anderen Judges, von den prominenten Judges das Wort Punchlines überhaupt erwähnt hat, so in deren Judging so, weil darum geht es im Battle, wer hat mehr Punchlines, wer hat mehr Crowdreactions, der gewinnt im Endeffekt das Battle, wenn es knapp ist, gehst du auf Sachen wie Reimketten, Flow, nice Vergleiche, Pipapo, aber wenn es so klar ist wie in dem Finale, dann muss man sich halt wirklich irgendwas aus dem Arsch ziehen, um das zu rechtfertigen so, was, wovon ich ein bisschen enttäuscht war ist, obwohl ich dich mag, ist Gia auf jeden Fall, ich habe halt auf der Bühne mitbekommen, wie er halt so sich umdreht zu den Obrigkeiten des deutschen Raps, Motrip, Alias, Kollege, obwohl Alias ist keine Obrigkeit, Kollege Motrip und Savas und sagt so, boah, ich wüsste auch nicht, wie ich das werten sollte und denkst dir so, dicker, come on, Alter, willst du mich verarschen oder was, auch wenn du in deinem Leben noch keine A Cappella Punchline geschrieben hast oder generell eine Punchline geschrieben hast, hast du genug A Cappella Battles zu sehen, um zu wissen, okay, der war besser und der nicht, da muss man nicht das unnötig spannend machen und so eine Scheiße in den Topf werfen von wegen, ich wüsste auch nicht, wie ich entscheiden sollte und der Rest hat es alles gleich gesehen, Dilltilly Leute waren da, Fans waren da, Freunde waren da, Hater war da, Leute, die keine Ahnung haben, Leute, die Ahnung haben, unisono haben alle dasselbe gesagt, alle meinten so, was haben die für ein Battle gesehen, wie konnten die das gegen dich judgen? Sind Savas, Trip und Alias zu sehr Rap, um das A Cappella Battle correct bewerten zu können? Savas, Trip und Alias haben alle zusammen, glaube ich, null A Cappella Battles gemacht, soweit ich weiß, sind aber alles eigentlich, also okay, Motrip und Savas weiß ich ganz genau, die sind Battle Rap Fans, die ziehen sich Battle Rap rein, die ziehen sich auch meine Battles rein, die feiern das auch, umso überraschter war ich dann übers Urteil, deswegen bleibt einem ja im Endeffekt nichts anderes übrig, als zu denken, okay, da gab es irgendwie Moschelei, weil wenn du zum Beispiel, du hast einen Savas, der sagt schon, hey, ich bin Cynic Fan und man schreibt ab und zu mal und der hat zum Beispiel auch das Battle Greg Pipe gegen mich, wo ich verloren habe, weil ich zweimal gejokt habe, da war ich schlechter, das habe ich klar verloren, deswegen, und aber im Rewatching hat er das noch irgendwie als unentschieden gewertet, weil er halt meinte, ja, die besseren Lines bei Cynic, ich musste da mehr lachen, Greg Pipe, der Style mag ich nicht so und jetzt im Finale hat er es halt komplett andersrum gemacht, ich habe das Haus abgerissen und Savas stellt sich halt hin und sagt so, ja, aber er war hungriger und ich habe nicht viele Battles gesehen von Mighty Mo, aber das war das beste Mighty Mo Battle, was ich gesehen habe. So, wenn du das sagst, dann hast du drei Mighty Mo Battles gesehen, das gegen Pacino, das gegen Hansen, das erste und das jetzt. Dann kannst du sagen, das war das Beste, was du gesehen hast, ansonsten ist das leider Humbug so. Motrip auch, ich war auf seinem Konzert, ich war bei mir beim Frauenfeld, der hat Shoutout gegeben, der meinte auch, Dicker, ich feiere dich, pipapo, dann verstehe ich es nicht, wie man dann rumdruckst, keine richtigen Sachen finden kann, keine richtigen Gründe finden kann und dann zieht man sich sowas aus dem Anus wie, ja, aber macht glaube ich mehr Sinn auf Track oder deswegen geht es für mich klar an Mighty Mo, weil da war mehr Hunger. So, ich stehe im Finale von diesem wichtigen Turnier und es geht um einen Deal und ich bringe da eine Leistung, dass ich das gewinne. Wie kannst du dann sagen, der andere wollte das mehr? So, ich, ich habe doch mir Mühe gegeben, um das Finale zu gewinnen. Das heißt, ich will den Deal doch. Das ist doch, das ist widersprüchlich und Adidas ist ein anderes Thema, so, ich weiß nicht, wie der, wie sehr der im Battle Rap verankert ist, wie viel der guckt, wie viel Ahnung der hat. Offensichtlich nicht so viel, selbst wenn man nicht viel Ahnung hat, ist kein Problem, aber dann sabotiere nicht das Battle, dann stehe nicht da. Körpersprache, rauch während der eine, gib dem einen die Schulter, hör beim anderen zu. Wenn der, den du nicht magst, gerade Punchlines aufbaut oder Punchlines gebracht hat, die ziehen, dann laber nicht den voll, wo du weißt, okay, der feiert den vielleicht. Lauf nicht während des Battles zu einem anderen Judge und laber mit dem. Es gibt während des Battles, wenn du ein Judge bist, nichts, nicht mehr als einen Satz oder zwei Sätze, die du mit einem anderen Judge zu bequatschen hast, dann haust du in der zweiten Runde, glaube ich, einfach ab. Wer sich das Battle anguckt und nur auf Alias achtet, was man nicht machen sollte, aber wenn man es weiß, macht man es vielleicht unterbewusst, der sieht, dass das einfach, das ist, das kommt Sabotage gleich so, ich finde das übelst schade, weil ich den als Künstler feiere, der ist der kreativste, der hat Reime, der hat Punchlines, der ist ein bisschen underrated, was auch das Gesamt-Rap-Standing angeht, weil vom reinen Talent her, vom reinen Können her, ist der anormal und ich verstehe es halt nicht. Das wird wahrscheinlich im Zuge des Kollegah, der Kollegah-Antipathie so ein bisschen entflammt sein, so das Ganze, aber das war auf jeden Fall, es war nicht cool und ob es die Leute juckt im Endeffekt oder nicht, ist mir auch egal, aber es muss auf jeden Fall einfach vom Herzen runter, weil wir sind so eine kleine, friedliche Battle-Rap-Gemeinde, da passiert nie irgendwas und dann rollt einfach dieser prominente Zug über uns drüber und verschaukelt da ein Battle, drückt einen Stempel auf, verhält sich so und so und das gab es vorher bei uns halt nicht und das ist so ein bisschen schade, auch wenn es der Aufmerksamkeit dienlich war so, das war nicht cool auf jeden Fall. Wie fandest du die Reaktion von Mighty Moro zum Battle, zum Interview? Fand ich schade, ich hätte den, ich habe den auch anders vorher eingeschätzt, ich habe den auf der Bühne halt gesehen, dachte mir, okay, der ist so und so, wir haben, was man dann so privat ein bisschen mitbekommen hat, wenn der mal so backstage chillt und nicht gerade im Battle-Mode ist, hat er relativ vernünftige Sachen gesagt, wenn auch nicht fließend, aber es war verständlich, deswegen hat es mich, also, hat es mich umso mehr gewundert, dass er sich im Interview hinsetzt, oder in beiden Interviews hinsetzt und sagt, ja, piepapo, 3-0 kann ich nicht verstehen, musst du so und so sehen, piepapo, also, wenn ich der gewesen wäre und ich habe schon, also 5-0 habe ich gegen mein Timo verloren, ich habe danach gesagt, zu Recht, Thema verfehlt, so, wenn du verlierst, dann verlierst du halt so, es gibt da nichts dann zu deuteln, dann kannst du eigentlich an seiner Stelle nichts anderes machen, als sagen, ohne Spaß, Dicker, ich war nicht Judge, was soll ich dir sagen, sorry, so, aber ich habe das Ding gewonnen, so, aber dann noch zu diskutieren nach dem Motto, warum war das ein 3-0, du hast denselben Scheiß gebracht wie sonst, ja, aber, Dicker, wenn du mit einem Cynic rechnest, der so und so battelt und dann battelt der nicht so und so und aber weil du denkst, dass der so und so battelt, schreibst du deinen Text auch oft da drauf und der schießt komplett ins Leere, so viele Sachen sind ja komplett ins Leere geflogen und dann hinterher zu sagen, ja, aber das war die Scheiß, selbe Scheiße wie immer, aus Rappersicht, aus Rappersicht, so, im Endeffekt weiß er es, so, aber er freut sich natürlich über den Deal, zu Recht auch und der hat den Deal auch verdient, nicht durch die Leistung im Turnier, weil er hätte schon im Halbfinale rausfliegen müssen und im Finale es waren 3-0, aber der hat es verdient, weil er schon so viele Jahre, so viel Arbeit da reinsteckt, deswegen hat er das, hat er diesen Deal auf jeden Fall verdient, aber nicht auf die Art und Weise, wie er entstanden ist. Das war die letzte Frage. Das war die letzte Frage, okay. Bleibt mir noch irgendwas zu sagen, ähm, lasst mich kurz überlegen. Hater-Kommentare, Musik, Merch, Pläne, Stand-Up steht noch her. Hater-Kommentare, genau. Ähm, Hater-Kommentare ist an sich, äh, so eine Sache, ähm, die geht irgendwie gar nicht so, kritisiert, wenn ihr meint, ihr müsst kritisieren, aber, ähm, bei, äh, in Kommentaren beleidigen oder persönlich sich angegriffen fühlen, weil vielleicht der Battle-Rapper einen zersägt hat, der einem persönlich nahesteht, das ist ein Sport. so, ne, wenn zwei Boxer in den Ring gehen, kann die Frau von dem einen Boxer auch nicht sagen, was ist das für ein Spaß? Warum hat der mein Mann geschlagen? So, dein Mann hat sich dafür entschieden, in den Ring zu steigen. So, Hater-Kommentare sind so mit, das, ähm, größte Untermenschentum, was es gibt so, weil wenn du dir die Zeit nimmst, was Negatives über jemand anderen zu schreiben, obwohl du selber nichts machst, in, in der Branche, so, was, was soll das, Alter? Komm, komm live dahin, guck dir das live an, heb bei dem einen die Hand, bei dem anderen nicht, gib einen Daumen nach unten, so, aber schreib doch nicht, ja, was ist mit dem, was, der ist kacke, der ist nur noch kacke. Wenn du selber, wenn du selber nicht in der Lage bist, auf die Bühne zu gehen, musst du generell das Maul halten und ich glaube, ich habe generell, ich habe in meinem Leben, ich glaube, ich kenne auch keine in meinem Alter oder es gibt, glaube ich, keine Menschen ab 30, die, äh, Hater-Kommentare schreiben, also so dumme Hater-Kommentare, die schreiben vielleicht Kritik, das Album gefällt mir nicht so gut, weil das und das, ich wünsche mir wieder einen alten zurück, der soll nicht so und so machen, aber dann manchmal wird es so, ähm, unqualifiziert und so beleidigend und man denkt sich so, das sind wirklich Untergestalten, die sowas, die sowas, äh, fabrizieren, die sowas da, äh, die sowas dahin klamüsern, das ist einfach nur schade und es ist ein Unding so, aber es ist leider so die heutige Zeit, man darf auch nicht vergessen, dass, äh, wirklich, äh, die Leute, die diese Kommentare schreiben, im Alter von 10 bis 20 sind so, deswegen, in dem Alter hätte ich wahrscheinlich, hätte ich vielleicht auch, obwohl hätte ich nicht gemacht, ich bin intelligent genug, aber, ähm, da macht man dümmere Sachen, als man als erwachsener Mensch, als man als erwachsener Mensch macht, so, deswegen, äh, zu meinen Plänen, habe ich, glaube ich, vorhin schon, äh, ausführlich irgendwie, ähm, erörtert, Musik machen, werde ich, dieses Jahr ist der, zum Großteil der Musik gewidmet, auf jeden Fall, ich habe damit angefangen, ich habe Feuer gefangen, ich habe richtig Bock darauf, ich werde inspiriert, ich bin kreativ, es ist gut, äh, meiner Meinung nach, und, ähm, ja, also jeder, der mich kennt, so weiß, ich bin nicht doof, ich werde dann nichts, ich werde so ein Bong-Taggy-EP, sowas kann mir nicht passieren, ich werde nichts raus, so eine halbgare Scheiße raushauen, wo sich dann hinterher das Maul zerrissen wird, sondern, es werden Sachen rauskommen, wo Hip-Hop-Medien sich mit konfrontieren müssen, die nicht ignoriert werden können, und die Leute, die mich feiern, feiern das sowieso, die Leute, die mich haten, können vielleicht überzeugt werden, und, ähm, so das Medium, der Masse, findest du vielleicht auch gut, also ich, ähm, ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, es ist Humor drin, es sind Lines drin, es sind Beats, es ist, ähm, kein, äh, Gedudel, es ist, ähm, ich bin damit bis jetzt zufrieden, und es wird, es kann nur noch besser werden, so deswegen, also, man darf zu Recht gespannt sein, auf jeden Fall, äh, zum Merch bleibt noch zu sagen, ich verstehe die Frage nicht, Hoodies kommen ab 1. April, wiederhole ich gerne nochmal, weil es auch mein, ähm, mittlerweile mit, mein täglich Brot ist, so, wer supporten will, der supportet richtig, ähm, wenn ich das Geld dafür habe, der, ähm, gibt einen Daumen nach oben, der liked, ist alles cool, wer ein T-Shirt holt, wer ein Pulli holt, ist natürlich Premium Support, so, und ich bedanke mich an der Stelle bei allen, mittlerweile sind es, glaube ich, ähm, über die Jahre hinweg, wirklich ein paar tausend Leute einfach, die, die einfach ihr Taschengeld, ihr Hartz IV, ihr, 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 ihren Lohn für meine Sachen ausgeben, das ist eine kranke Vorstellung, ich feiere das, ich feiere auch die Props, ich bin übelst dankbar dafür, aber es geht auf jeden Fall noch mehr, von mir aus, und von euch aus, ich muss noch mehr machen, damit auch noch mehr Leute überzeugt werden, äh, sich zu denken, ja, Mann, Alter, den, den, den supporte ich, Alter, das ist ein geiler Charakter, der ist ein geiler Typ, Charakter ist jetzt nicht mehr so ausgedacht, sondern ich bin ja so, also das ist ja alles ein Bild so, deswegen, ähm, das ist auf jeden Fall geil, was steht noch drauf? Ähm, Stand-Up-Merch, Musik, Musik angesprochen, Hater-Kommentare angesprochen, Stand-Up-Comedy, genau, jetzt nochmal, ich hab die Daten jetzt nicht komplett, aber werde ich auf jeden Fall in die Informationen, in diesem Video rein, ähm, reinschleusen, ist Ende März als Support von Oliver Pollack, ähm, bin ich ab vom 21., glaube ich, bis zum 29., äh, die Städte sind Osnabrück, Erlangen, Freiburg, Essen, Bremen, Stuttgart, Stuttgart, genau, das sind, glaube ich, so sechs Städte, kann da sein, dass noch ein oder zwei dazukommen, da kann man mich auf jeden Fall live sehen, und wer, und wer nur da hinkommt und die Comedy-Show nicht sieht und nur vor der Location wartet und Bock auf ein Bierchen trinken hat, bin ich safe dabei, ich bin da in Hotels unterwegs, ich hab Bock, äh, auf Bier hab ich immer Bock, ne, deswegen, äh, sprecht mich einfach an, ich bin der Nahbarste, so, solange du nicht geistig behindert bist und mich angerülzt oder anfasst oder sagst, oder mit einem Selfie direkt kommst, sprich mich ganz normal an, äh, ich bin bei allem dabei, an der Stelle auf jeden Fall danke fürs Interesse, danke fürs Durchhalten, danke fürs Interesse auch an dem Podcast, dass die Resonanz da so positiv war, ähm, die Leute, die ich jetzt gepikst hab in den Videos, nehmt's nicht böse, es ist alles ein Sport, ne, aber Wahrheiten müssen gesagt werden, egal wie groß, egal wie groß die Maschinerie ist, egal wie, wie ernst du dich selber nimmst, es ist ein Sport, es ist Battle Rap, also bitte, alles im Battle Rap Kontext sehen, haut da rein.